Hallo, ich bin Danilo und das ist Cael. Wir machen Liras Koch hier in der AXBO im Baden und nehmen heute dich mit in die Küche. Das Besondere an meiner Lehre ist, dass es sehr vielseitige Arbeit ist. Man kann mit Fisch arbeiten, Fleisch, ins Vegane, ins Vegetarische und allgemein kann man seine Kreativität freien Lauf lassen. Am Morgen packen wir immer Gipfeli auf, für die Gäste. Dann machen wir die Sachen für den Mittag und den Mittagsservice. Und je nachdem, wie die Zeit reicht, noch mehr Platz für den nächsten Tag. Das Beste an meinem Beruf ist das Kochen allgemein. Dass du immer wieder neue Sachen ausprobieren kannst. Und durch das Ausprobieren kommt immer wieder neu in dem Sinn. Wenn du die Lehre als Koch machen willst, dann musst du Freude, Belastbarkeit und Motivation mitbringen. Für mich ist das Beste der AXBO die Vielseitigkeit, geregelte Arbeitszeiten und mein familiärer Team. Bei uns haben wir verschiedene Benefits. Wie zum Beispiel Salbtags und auch Verkünstigungen beim Handy-Abo. Und ein cooles Einführungslager. Das Beste an der AXBO ist, dass wir auch die Baukultur haben. Und auch, dass man immer wieder zusammen Späßchen machen kann. Du willst die Welt bewegen? Wieso nicht bei uns? Bewerb dich jetzt und koch da bei AXBO. Wir freuen uns auf dich! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal.